hallo ist martin für meine markees dass die dachsanweise für dienstag ist es ja nicht freitag freitag den zweiten echten 2024 und unser dachs hat hier mal richtig kräftig bämm gemacht und hammer und werkzeug zur seite gelegt und mal runden durchgehauen durch das ding wir hatten uns gestern darüber unterhalten wenn unser dachs hier weiter drüber höpft und 560 dass er dann auch mal die 600 rangehen kann und eben auch über die sechs als über die fernkante dass man da ein bisschen den fokus setzt und sich auch auf einen ausbruch einstellt dass die bewegung einfach ein bisschen mehr drücken kann haben das natürlich explizit eben für die für die obere variante besprochen und eigentlich nur randläufe ich glaube kurz vor ende des videos dann gesagt also wenn wenn ihm unten das hier nicht gelingt mit drei was man gesagt 420 360 sich hochzudrehen dass er dann eben auch das zeug hätte da wieder bis zu der unteren kante durchzuarbeiten wundert euch nicht ich habe jetzt hier schon mal einen neuen channel mit reingenommen weil ich schon ein bisschen vorgeschrieben habe damit die analyse nicht zu spät online ist und dafür hatte ich das bild dann schon gebraucht und habe dann hier schon ein bisschen rumgegritzelt also ich habe die rausgenommen ein paar linien einfach jetzt raus gelöscht damit es nicht zu unübersichtlich wird gerade die linien die die überhaupt nicht mehr erreicht werden können die hier hinten steil hochgegangen sind und so das habe ich jetzt raus gelöscht auch habe ich den alten channel ja rausgenommen der hier der innere kanal der hier drin war der jetzt auch unrelevant ist weil die kanten nicht mehr reagiert haben und so nicht dass er euch jetzt wundert wieso das jetzt ein bisschen anders aussieht und wieso da plötzlich ein kanal ist den ihr vorher eben nicht gesehen habt der war so auch am vortag noch nicht zu ziehen aus dem einfachen grund dass man dann an die letzte kerze hätte heran zeichnen müssen und das macht man nicht das macht man grundsätzlich nicht weil man damit nicht bezwecken will dass die leute dann hier eben den losbruch nach oben aus dem kanal traden in dem moment wo er natürlich unten durchgelaufen ist war das legitim den dann jetzt über diese hoch zu ziehen in das zwischentief dazwischen eben nicht dieses tief das hat diese fehlerhafte charterstellung die wir nachgefahren das war das tief das und die liegen jetzt hier nämlich alle schön auf einer linie was ein bisschen zum ausdruck bringt dass diese tagesbewegung die wir am donnerstag haben diese exakt gleiche intensität hatte wie das hier diese verfallstagswoche gemacht hat auch wenn die sich ein bisschen länger hingezogen hatte haben wir quasi formgleich das jetzt absolviert und befinden uns immer noch in der range das muss auch betont werden ja also der dax ist noch nicht hier raus ist steckt quasi jetzt hier noch tags schaut sieht das hässlich aus nehme ich vielleicht mal das eine und andere hier wieder raus das wird ja total unübersichtlich aber unser dax der verfummelt sich hier auch brutal ist also das schon richtig hässlich was der abliefert so so das bild und hier sehen wir das war das ist unsere untere begrenzung gewesen dass die obere gewesen die 300 war immer so ein bisschen der mittelpunkt dazwischen das sieht dass die dageskatz von monastag die bringt wirklich viel mit was es braucht um auszubringen wirklich viel also es ist es wäre schon fast fast eine super vorlage um unten mal richtig raus zu haben das problem ist bloß dass aus der konstellation der dax das eigentlich nicht macht ja es gibt soll ich mal malen auch auf das risiko dass ich dass er jetzt doch diese in der variante macht ihr sehr selten macht aber ich mal euch das mal kurz wartet mal schon mal was ich mache mir kurz hier pause so für euch dürfte das jetzt nahtlos übergegangen sein was für ich zeigen ich will euch zeigen wie den der dax häufig umkehr macht also das eine ist dass er wirklich spritzt nach oben sticht und dann eine fette also direkt nach unten steil weg zieht und dann umkehr macht dann kommt er hinten raus irgendwie noch mal hoch und dann verfummelt er sich nach unten raus ja mit einem schönen impulsiven bewegung die nach unten drückt irgendwie eine flagge dazwischen was dann weiter nach unten auflöst so was sieht man oft was sieht man im dachs auch oft dass er sich oben an einem top dann irgendwann so vor verrammelt ja dann macht er noch ein top das kriegt nicht gehalten dann macht er noch ein top und dann fängt er an nach unten hier eben dynamisch rauszufallen das sieht man auch sehr oft was sieht man im dachs auch oft von umkehr kommen doppeltops macht dann manchmal ganz gerne ja dass er dann irgendwie sowas stellt exakte hochs und dann hoppala jetzt war schon ein zu schnell oder so macht das doppeltop und dann unterbietet er das die vier dazwischen ja und fängt dann an nach unten zu beschleunigen was sieht man im dachs er wenn er eine fettversetzung macht ich nehme an anderen stift ich war mal hier drüber man sieht im dachs wenn er jetzt hoch kommt und er flackert hier irgendwie sowas zur seite sieht man eher dass der dachs dann eben den hier macht ja meistens haben wir hier unten noch mal irgendwie so eine bereinigung drin irgendwie was schnelles was leute nicht gekommen sind haben auch wieder man tief wo es dann meist neig schon heißt naja das wäre jetzt hier aber verkaufssignal jetzt sollte man sich langsam nach unten gucken dann drückt er eben hoch drückt er eben durch was war ein eins will ich euch noch zeigen und das ist das aufbeschleunigen aber beschleunigt der markt in der regel auf das ist wenn er irgendwie so ein muster gebrochen hat dass er nach unten raus geht dann werden die kerzen länger ja oder auch so was wenn er dieses diese drei hochs gemacht hat dann dann fängt er an unten raus hinten raus wirklich an zu drücken wurde eben auch in so einer konstellation wo impulsiv raus gekommen ist er löst die flagge aus und fängt dann auf so eine bewegung an wirklich impulsiv zu drücken denn jetzt gucken wir uns an was wir jetzt hier haben wir haben jetzt quasi im grunde genommen eigentlich eher das hier ja vom hoch weg wir sind hier ans hoch angekommen haben dann hier zack 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 nach unten haben dann hier schon einmal bereinigt sind dann noch mal hoch also sind jetzt quasi kann ich das hier ein bisschen weg ratieren in dem bereich oh scheiße wartet ich mach das noch mal zurück wir sind in dem bereich hier na komm bitte hoch mach doch mit so zack hier hoch zack runter dann hat er hier noch mal versucht anzuziehen und hat er jetzt wieder so was nach unten gefummelt ja er hat er jetzt wieder wenn wir das hier sehen zack 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 sich hoch und jetzt wieder so was nach unten gefummelt jetzt so zack und jetzt hat er hier drinnen beschleunigt in dieser range ist die beschleunigung drinnen in komplett in der spanne in dem muster in dem muster hier was wir auch hier eingezeichnet haben jetzt im h2 er hat in der in der range wenn wir sie quer ziehen beschleunigt das heißt hier richtig durchgedrückt und das ist ist halt das ist halt eigentlich kein also das ist eigentlich so nicht geschissen er kriegt das sonst hin natürlich ist es eine schöne vorlage aber er kriegt es so in der regel nicht hin und was auf sowas in der regel folgt einfach wieder in die range zurückläuft dafür hätte jetzt die option dass es direkt macht das heißt am freitag hier wirklich nur noch mal probiert unten die ganzen simulieren und dann zieht er sich schon wieder auf und läuft hier wieder am freitag zurück das kann dann am freitag nach 18 80 wer zu tief gesteckt wohin läuft er zurück in die mitte der range ja wenn er aus der oberen range kante oder der unteren kante wieder zurückkommt läuft er immer in die range mitte zurück in die range mitte ist bei 300 rum ja oberen kanten sind 8600 unteren kanten 18.000 das ist die spannende die wir im tageschart haben und das heißt wenn sich unserem unser dax aus dem moment wo er jetzt hier eben keinen ausbruch hinkriegt wieder reintritt ist 300 anzupallen die zum freitag schon geschafft werden kann würde ich eher nicht tippen würde vielleicht auf den montag tippen aber ich könnte mir gut vorstellen dass wenn er jetzt hier am morgen irgendwie ein bisschen versucht sich uns zu stabilisieren und das zu halten dass er dann zu einer 180 und bestimmt auch schon zu einer 62 wieder hochkommt das kann ich mir schon gut vorstellen zum freitag wenn er auftritt sollte hier unten rausgehen wäre dann eines noch dran die 850 erinnert euch mal dran da haben wir schon von einer langen zeit mal drüber gesprochen wo kam man daher da kam man von hier erinnert euch mal diese schwache verfallstags woche da wurde im freitag so tief geschlossen hat und man so dachte boah mensch ganze woche so hart nach unten jetzt wird gefällt fängt doch bestimmt an zu brütteln nach unten da habe ich eigentlich gleich erzählt wie was ich heute erzähle dass man eben wenn er am nächsten tag nach oben anfängt zu drücken im kopf behält wir sind in der range es ist noch nicht so dass der in einem neuen trend drin ist oder einem krassen abwärtstrend der hat jetzt hier einfach die letzte welle dynamisch gemacht in diesem korrekturmuster und wer elliott wellentheorie kennt und dass ich mal versucht durch zu counten hier und dann sieht dass das die letzte welle ist die dynamische also es wäre aus verschiedenen argumentationspunkten der technischen analyse gar nicht so unwahrscheinlich dass es einfach jetzt wieder zurück geht das würde ich euch eigentlich nur sagen geht darüber drunter ist die 850 die nächste genau da war ich jetzt gerade stehen geblieben bin ich weggekommen da hat man ja drüber gesprochen als der hier in der verfreitagswoche drunter kam warum weil das von hier nach da und von da nach da zwei gleich lange wellen wären ja wir hätten dort den kanal in dem man also wenn man würde man den channel von hier über die stop ziehen und an das tief legen würde das ist dann gekreuzen und das wäre dann noch mal ein interessanter punkt bei 850 das wäre die nächste station wenn es unserem dax nicht gelingt am freitag hier ich sag mal knapp um die 11.000 eine stabilisierung zu erwirken und sich wieder aufzudrehen gelingt die stabilisierung und dreht auf dürfen wir erwarten dass bis 180 und 260 sich erholt geht er nach unten durch ist die 850 dran und 850 ist dann das maß der dinge wenn die 850 nicht gehalten wird kippt die ganze bude um und dann kann man sagen die range oben ist verlassen ja und wir können nach unten richtig was an zielen aufmachen und dann reden wir über eine 200-tage-linie die kommt dann bei 17.500 rum ja zumindest wird ich steil dahin steigen und dann treten wir auch über tiefere ziele die dann bei zum beispiel dem gap hier liegen 17.150 die alten hochzieher liegen bei 17.000 das kommt dann alles wenn er hier jetzt in dem bereich ich sag mal auf die nächsten 120 punkte runter zu nächsten ganz 170 punkte runter zu die drehung nicht hinkriegt wird auf der stelle ja ich würde jetzt aber nicht sagen dass man da den stop loss jetzt so weit setzen muss ja also man kann das ruhig rest 2 geteilt ist dann nachher ansehen ja und wenn man jetzt am freitag zum beispiel sieht der 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 hatte keine stärke dritte der kriegt hier keine stabilisierung hin dann könnte man sich auch dann auch ein paar punkte short ausbeißen bis in der 850 ja man muss ja nicht jetzt deswegen jetzt hier lang gehen und dann ist es so los unter die 850 werfen sondern wenn der auftritt wenn er wirklich auftritt wenn er wirklich auftritt und man sieht hier eine umkehrformation schöne grüne katzen dann gehört für mich das da bloß da drunter also unter dieses tief und dann würde ich das schreden und wenn er das nicht bedient und er bricht da drunter macht dann neue tiefs dann könnte man die strecke auch noch bis zur 850 probieren auf der short seite 50 dann wieder so ein wendepunkt und hält auch der nicht 850 830 ja das ist eine zone von 5830 hält auch die nicht dann geht wirklich nach unten richtung 200 tag linie und mehr noch der raum auf aber wie gesagt so aus der konstellation seid bitte nicht überrascht wenn der am freitag sich früh stabilisiert und versucht das ding wieder nach oben zurück abzuwickeln und dann wird es auch wahrscheinlich dann wieder hinkriegen da sollte man jetzt nicht aus dem häuschen kippen und sagen mensch 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 jetzt habe ich hier alle meine aktien verkauft und dann fängt er doch wieder anzusteigen und dann haut man da noch short dagegen da wäre ich sehr vorsichtig weil wir sind noch in der range der markt hat letztendlich jetzt dieses ähnliche verhalten gezeigt wie so oft das ist sehr dynamisch gewesen aber das haben wir hier auch oft genug gesehen die bewegung die wir hier mal drin hatten die war sogar noch dynamisch lieber noch einprägsamer wie das was jetzt hier drin steht ja also das muss man ein bisschen in die relation setzen und in der range und von daher vorsicht 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 ja der hat noch zu viel chance oder wahrscheinlichkeit auch hier nach oben zu ziehen weil aus der perspektive der großen letztendlich hier noch in einem trend fortsetzungs meister steckt und das noch nicht umgekippt hat das ist noch nicht fertig hat hier noch zu viele optionen das noch irgendwie sich aus der affäre ziehen zu können okay verstanden capisco ziele sind klar marken sind klar ich denke man sollte es auch nicht komplizierter machen als es ist ja das sind wenige punkte die wir hier an denen wir uns orientieren können schöne klare punkte auch ja da versucht nicht zu viel zwischen den zeilen zu lesen nehmt wirklich die die dinge an die hier kommen und dann ja nicht irgendwie unsicher da drin rumstachern entweder nimmt es oder nimmt das nicht muss man sich dann nicht zu zu kompliziert machen gut vorne ich mache hier aus wünsche euch viel erfolg am freitag webinar machen am sonntag für die die wir mit dabei sind und dann wünsche ich allen anderen sonst ein schönes wochenende und bis sonntag dann zur analyse von montag